Hallo meine Freundin des Wahnsinns und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World mit mir, dem Drachenburschen und dem Len16. Servus Leute. Ja und wer ist noch mit dabei? Noch mit dabei sind der Butt. Und der Terence. Ja, der Butt trinkt wohl gerne Buttweiser. Oder er ist Buddhist. Buddhist. Oder ich bin auch Buddhist. Buddhist. Badumz. Badumz. Badumz, ja. Ach Gott. Wenn ich das schon beim ersten Mal gehasst habe. Das ist mit einer geilen Musik. Ah. Hello. Wirf mich bitte nicht. Nicht? Nein. Ich finde das. Ich finde das. Okay. Du wolltest die Pflanze erwischen, gell? Ja. Nee, ich hab gar nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, dass da was kam. Ja, wirf mich. Wirf mich. Warum wirfst du mich? Das ist nicht toll. Fand ich irgendwie angemessen. Warum? Ich hab dir doch nie was getan. Ich hab gar nicht mein Zeug verloren. Oh, das ist gut. Ja, du hast nämlich nur... Du wirfst mich. Ey, du wärst uns gestorben. Ich schwör. Bestimmt. Ja, 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 ja. Bestimmt. Ich hab jetzt Leben gerettet. Ja, 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 ja. Pssst. Freu dich doch. Ah. Oh, das war nicht gut. Das ist jetzt ungut. Wir haben keinen Boomerang mehr. Boomerang, Boomerang, Boomerang. Das war der zweite. Jetzt fehlt es noch der dritte. Woher? Oh. Jawoll, Boomerang. Ach, die Musik ist auch wieder ausschalten. Wahrscheinlich müssen wir die alle ausschalten. Rechtsaulio. Nein. Glaub ich nicht. Gab's aber schon mal. Doch. Bestimmt. Dann machen wir's doch einfach. Und du hörst auf, mich zu werfen. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Das tut mir natürlich auch leid. Dementsprechend. War der eine noch? Nein. Das war nicht alle. Wieso bin ich gestorben? Ich glaube, wir haben einen verpasst. Das Level geht noch weiter. Wir sind sogar noch... Oh mein Gott. Hat er es wieder zu eilig gehabt. Oh mein Gott. Au. Meine Blume. Das wird witzig. Ja, schieb mich und wirf mich und mach sonst noch Sachen mit mir. Ja, das magst du doch. Sonst magst du das doch auch immer. Hör ich zum ersten Mal. Sagt er jetzt. Da ist er, da ist er, da ist er. Du hast noch einen Bumerang. Jawoll. Setz du seinen Bumerang auch gekrollt ein. Na komm. Bin ihr überhaupt schon mal gestorben nehmen lassen? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich wollte andersrum. Na 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 na. Na 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 na. Ach, du sollst halt oben raus. Ja. Oh, vielleicht sollst du doch nicht oben raus. Jetzt bin ich doch zum ersten Mal gestorben. Gut gemacht. Ich habe gedacht, einmal in den blauen Himmel fliegen. Und jetzt sag mir, dass du den gesehen hast. Ne, den habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Okay, den haben wir weg. Du kannst wenigstens was gegen die machen. Ich kann nur den Kopf rüpfen. Kann ich. Das wäre, ja. Schnell, schnell, schnell. Das Spiel kennen wir schon. Oh, es wäre aber schneller, das Spiel. Edel, edel, edel. Edeltraut. Nicht mehr Rosa Munde. Jetzt hast du schon edeltraut. Jawohl. Sehr genial. Oh ja. Sehr genial. Auf Anhieb. Auf Hieb an. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, Massenmord. Das ist immer diese aggressiven Leute. Meine Lieblingsmelodie. Aber wozu ist die Doppelkirsche? Da, da, da. Für Verhörung. Für, damit ich sie mir nehmen kann. Mhm. Du bist großartig. Danke, danke, danke. Ich weiß, danke. Wäre nicht nötig gewesen, Peach. Aber man kann es ja mal erwähnen. Das tut auch nicht weh. Das vertrage ich auch öfters mal. Das Level gerade eben war einfach. Da hatten wir echt Glück. Das war echt einfach. Schleicherei auf der Staffel, Bobicke. Oh. Warte mal, gehen die Staffelflächen. Doch, die gehen hoch. Die gehen hoch, ja. Nein, die gehen was? Ja, ich dachte vielleicht, dass die Staffel nicht hochgehen, wenn man so langsam drüber schleicht. Die sind so in irgendwie die Spiele oder so. In anderen Spielen. Na, hier in Sternen versteckt. Die Staffel gehen nicht hoch. Die sind nicht hoch. Ah! Ja, die Staffel gehen nicht hoch. Die Staffel gehen hoch, sobald man drüber geht. Ah. Also, das schleichen kann man. Da kann man so schnell. Nee, so schleichen man nicht. Guck mal, guck mal. Ja, die kommen nicht hoch so. Schau mal. Die kommen nicht hoch so. Nein. Doch, kommen Sie. Verdammt. Nein. Alarm. Ach, das Licht, das Licht. Ah. Deswegen schleichen. Aha. Wir müssen am Licht immer vorbeischleichen. Siehst du, und dann kommt der Teil auch nicht. Und dann können wir jetzt auch locker da rüber sprengen. Haben wir geschafft. Da oben ist bestimmt was. Werd groß. Was ist das Licht? Ich? Ich schmeiß es dir. Danke. Danke, danke. Willst du jetzt da hoch oder nicht? Ja, ja. Dann springen wir bitte übernommen. Du willst es doch auch. Wow, Münzen. So viele Münzen. So viele Münzen. So viele Münzen. Okay, okay, schnell. Ah nein, zurück, zurück, zurück. Ah! Das ist nicht so schlimm. Abort Mission, Abort Mission. Schlimm ist es erst, wenn man dabei auch noch beschossen wird von irgendwas. Ja. Nein, nein, du bist zu schnell. Du warst zu schnell. Oh nein. Aber hier kein Stern gewesen. Wir sind beide klein wegen dir. Hat mir das Level eigentlich schon mal das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist neu wie das andere. Links ist auf jeden Fall ein Stern. Den sehe ich. Ich denke, immer mal dachten, die über die Stattendinger rübergehen. Hab da immer schon so eine Paranoia. Aber muss ja nur aufpassen, dass es nicht gerade das Licht auf uns scheint. Ha! Das göttliche Licht. Bist du bei der? Der, glaube ich, schlauer gewesen, den erst mal vorbeizulassen, aber... Aber hey, schlauer wäre schon schlau. Warst schon so. Warst schon so. Ja, doch, der braucht ziemlich lange hängen. Wenn man sich erwartet hätte, vorsichtig kommen. So, das sind die, die automatisch kommen. Nein, das ist doch... Das ist doch... Nein! So, jetzt wissen wir es aber. Und jetzt machst du auch kein Schmarrn, bitte. Nicht Schmarrn, niemals. Nein, nicht Schmarrn. Wie kommst du darauf, dass ich jemals Schmarrn noch will? Ach, jetzt können wir auf einmal Katzen. Ja, weil wir da vorne beide kleine waren. Ah. Davor waren wir beide klein. Damals, als wir jung waren. Mhm. Klein und süß und unverdorben. Ha! 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 Ich kann mich im Kreis drehen. Oh, wow. Ich will auch, dass wir nicht reinkreisen. Nicht... Wie du! Ach, da bin ich vorhin reingelaufen. Da musste man rein. Ja, da muss man rein, aber da muss man eigentlich außen rum gehen. Eigentlich. Damit einen das nicht sieht. Eigentlich. Ha! Irgendwie ist eigentlich. Bitter Schokolade ist mir viel zu her, aber eigentlich. 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 Er wartet einfach und lässt mich hier die Drecksprose gehen ein bisschen zurück. Da kommt der Lichtschein geht auch ein bisschen drüber noch. Ja? Den müssen wir vorbeilassen. Das ist vorhin wahrscheinlich... Ja, nein, ich meine, der geht noch ein bisschen rüber auf den Weg. Der hätte den, den mir gerade eben erwischt, ob ich nicht meine Warnung ausgesprochen hätte. Ach, du bist wieder hier. Ach, stimmt, wir sind ja beide die goldenen Katzen. Ja. Oh ja. Nein, nein. Ich bin egal, ich hab die extra an die Wand geworfen. Da muss ich dann auf jeden Fall gleich hoch. Nein. Nein. Hab es. C's. Komm zu mir. Dankeschön. Danke. Das war ich das. Ich glaube, du hast mir reingestoßen. Ja, normalerweise wäre ich nicht in der Mitte aufgekommen. Oh. Ja, oh. Ein bisschen mehr Mitleid. Oh. Echtes Mitleid wünsche ich mir mal. Oh. Oh, ist das fies. Was? Was daran fies? Man weiß es nicht. Ich glaube, man sollte sich nicht erwischen lassen von den Lichtleinen. Aber das Lichtscheinend in die Mitte, oder? Ja. Scheint mir so zu sein. Es scheint so zu sein. Ja, ja. Und bis jetzt haben wir noch keinen Stern verpasst. Ja, wir haben auch bisher nur einen bekommen. Deswegen ist es schwer zu sagen, ob wir vielleicht schon einen verpasst haben. Aber ich glaube nicht. Oh. Das ist schnell. Aber es ist nicht los. Da oben ist der Stern. Da oben ist der Stern, Alter. Da oben ist der Stern. Ja. Jetzt kann ich nicht mal mehr richtig reden, wenn ich mich hier konzentrieren muss. Du meinst, der linkste Stern. Ja, und jetzt nach... Ja, sehr schön. Du solltest natürlich nicht runterfallen. Ja, was? Jetzt müssen wir das Ding wieder abgeben können. Das wäre irgendwie super. Ups, zu weit. Puh. Warst du das, wenn du rechtest? Du hast ihn kaputt gemacht. Oh. Überall Licht. Da ist kein Licht, wenn du dich unterm Balken versteckst. Wenn du den Balken natürlich kaputt machst, dann... Die Balken stürme ich ja nicht. Ach so. Schatten. Schatten. Ja, ja. Schatten. Ich habe einen Schatten, siehst du ja. Vorweg. Es hilft auch nicht. Also diesmal war ich es nicht. Wir brauchen den Stern. Stern. Wo? Rechts. So. Nein. Nein. Wo müssen wir denn hin? Was machst du denn? Weil sie müssen auf die andere Seite rüber. Oh, jetzt wird es mies. Alter, das ist... Oh, das war so knapp. Das ist gemacht, dass wir es nicht schaffen können, oder? Wir müssen ganz genau auf die andere Seite rüber. Ja. Bisschen weg von der Kante. Bisschen weg. Ich glaube, so müsst ihr nicht treffen, oder? Ich glaube, so müsst ihr nicht treffen, oder? Ja, ich kann auch... Ja. Ich glaube, so dürfte... Du kannst kurz ins Licht reingehen. Ja, das ist... Das hilft nicht viel, glaube ich. Oh, 99 Sekunden. Na, wir werden alle sterben. Wir haben alle Sterne. Ich kann mich jetzt nicht runterfallen lassen. Ja, gut. Dann... Wenn ich... Dann muss ich halt ins Ungewisse springen. Ja. Und währenddessen mache ich mich auf. Schau. Ja, der hat doch geklappt. Da haben wir nur ein Leben verloren. Wenn du gleich gestorben wärst, hätten wir auch ein Leben verloren. Ach, komm! Es funktioniert ja einfach nichts. in diesem Drecks-Level. Alter, ich war drüber. Ich war drüber. Das ist... Das Level der Scheiße. Man kann da nicht rausspringen. Man kann da nicht rausspringen. Einzig, was wir machen... Machen wir das mal einer. Vielleicht nur einer. So, habs. Jetzt kann ich auch schweben. Echt? Ja! Cool. Die Dinger können nicht hier. Nee, kannst du ja nicht treffen. Kann gut sein, dass ich bald irgendwann alleine machen muss. Vorsicht. Warte, ich hole die Katzen nicht. Ja, das habe ich gerade vorhin ausgesehen. Ha! Immer so, du siehst so aus, als würde es gleich das Ende sein von mir. Mach dich in den Ball. Was? Mach dich in Kugel! Ja, ich wollte es machen, aber da war ich schon wieder am Boden der Tatsachen aufgekommen. Mach dich in Kugel. Ja, jetzt mach ich in den Kugel. Aber du fällst jetzt irgendwo runter. Dann ist die Wut aber groß. Das kann ich mir glauben. Ja, ich kann da nicht weiter. Ja, springe rüber. Okay. Du kannst ja auf den Stachel laufen. Ich muss da hoch drauf springen. Ja, ja. Ich bin ein, wie nennt man das? Schamane. Stachelrochen. Ha! So witzig. Ich weiß. So bin ich halt. Aber Stachelrochen hätte es auch sein können. Ja, was denn? Ich kenne mittlerweile Super Mario. Ich kenne sie persönlich. Ja. Das ist so dein Kollege und so. Ja, mein Kollege. Cool. Aber die beide beim Rohr fälliger fahren. Wir sind alle dick. Was machst du? Ich habe nichts gemacht. Du hast mich irgendwie runtergezogen. Hab ich? Du ziehst mich immer runter. Du hast jetzt nicht wiederbelebt, gell? Oh nein. Nein, musst du es regeln am Ende. Aber das sollte eigentlich nicht so schwer sein für dich. Es wird so schwer. Ja, sagt das nicht. Am Ende schaffst du es dann wieder nicht. Jawoll. Das heißt, das Leveln muss ich auch nicht nochmal machen. Easy. 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 Aha. Ja. Woho. Aber wir haben es endlich geschafft. Das Kleid macht dir irgendwie eine... Multiplayer Peach und Luigi. Nein, ich habe alle Stempel. Das heißt, 100% für mich ist die Originalversion schwerer. Für den Alois. Für den Alois. Den Alois und den Paul. Mit Peach ist das Level sehr gut machbar, auch mit allen Sternen. Ja, das sage ich auch. Haben wir ja auch geschafft. Ja. Das ist richtig. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Es fehlt nur noch ein Level. Für unsere Experten ist das kein Problem. Es fehlt nur noch ein Level. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch die ganzen Autos auf 100% machen. Oh, das sieht richtig böse aus. Das sieht richtig böse aus. Sah das? Bin wieder da. Bin wieder an deiner Seite. Hurra. 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 Bosse im fliegenden Wechsel. Bosse im fliegenden Wechsel. Ja. Und aufpassen, dass wir nicht auf die Nase fliegen. Ah. Ob da Sterne sind. Da waren drei Sterne, gell? Drei? Drei? Da waren drei Sterne, oder? Aber wir können es auch suchen. Bosse im fliegenden Wechsel eine Tour, oder ich gehe gleich ins andere. Eins, zwei, nein. Okay, jetzt zählt es, wer zu er. Oh, das ist das Umfall-Ding. Hey. Na, dich kennen wir schon. Es sind fünf Bosse, bei jedem kriegt man einen Schlüssel, und dann kommt man weiter. Tja. Das heißt, wir dürfen nicht so aufzutreiben. So schwer ist es nicht. Das war doch einfach, dieser Typ. Ja, 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 ja. Okay, jetzt ist er bloß falsch rum. Ich kann sie nicht so retten. Na komm. Ich spiele werde aber. Aber jetzt was. Mach mal. Ja, genau. Ja, ja. Wenn er es schon auf dich abgesehen hat. Wow. Bam. Oh mein Gott, komm. Na komm her. Na komm her. Na komm her. Ja, Kombosprung wieder. Wer geht jetzt weg in der Mitte, oder? Wo geht jetzt weg? Wo geht jetzt weg? Ach, die zwei Rechten. Na ja. Mitte bleibt er jetzt. Und. Jawoll. Einfach. Ja, einfach. Wir sind einfach gut, sind wir. Einfach, 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 einfach. Einfach, einfach, einfach. Ja. Äh. Sterne, wir bauen wie immer die Münzen wegen dem Leben. Schon haben wir ein Leben. Oh, ich wäre fast in den Abtruck gegangen. Ah ja, das war jetzt nicht schlüsselt. Okay. Machen wir den jetzt, oder? Machen wir den jetzt. Machen wir den, Machen wir den. Machen wir den. Machen wir den. Machen wir den. Erweil in einem M aufgereiht. Aufgereiht. Was ist das denn? Oh, wie Bowser. M.B. Bowser. M.B. Bowser. M.B. Bowser. M.B. Bowser. Oh, nicht in die Arme. Nee, das geht nicht. Den kannst du nicht so nicht kriegen. Der muss stehen. Jetzt musst du ihn treffen. Okay. Also, müsste man ihn treffen. na komm du drehwurm du bist kein lindwurm du bist ein drehwurm oh er bedreht sich unsichtbar neu das geht auch so ich habe aus Versehen drauf gedrückt das war nicht meine Absicht okay du hast es war richtiges Glück ich bin zufrieden wie ich das so drauf gekommen naja mich hat es erwischt verdammt mich hat es auch erwischt aber ich habe ihn ja das ist gut weiß ich nicht ob es gut ist weil jetzt sind wir beide klein nein du bist groß wir hätten auch noch eine Katze im Repertoire im Repertoire was machen wir goldene Mitte links rechts ich komme hier jetzt einfach ein das nächste Level was uns am nächsten mal auch nö da können wir die Katze sogar gebrauchen nimm mal die Katze dann bist du da groß vorgehen ja sonst passiert hier nichts Lindwürmer jetzt wieder blau Oh Wolltest du sagen wir hatten blau, 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 rosa, jetzt haben wir beides sehr schön aaaah wir müssen ja beide dreimal treffen glaube ich das wäre mhm das ist ja mutig das der beißt der beißt der beißt aber das kann ich so leichter hoch zu kommen Mist die beißt alle und dann schocken die schocken Feuer und ach überhaupt ne gute springen hier im Kopf auf den Kopf ja genau schon geschehen oh sie wollen die beiden mit was ihm schlecht gelockt ja und wenn sie gerade auf der falschen Seite stehen würden wären sie ja echt das lieb ja ja auch als Kätzchen holst du oh ich hole mir alle Katzen was ich hab's mir doch geholt hä wie soll ich das gekriegt war gemein und Nummer 2 Stopp Leistung machen wir das den einen oder anderen oder äh ja hätt ich schon gesagt ich mach jetzt eigentlich immer den wo ich hinkomme aber naja aber momentan hat sich der jetzt irgendwie mehr angeboten so nein das war jetzt ungut ne au das war absolut ungut verdammt ich hab auch wieder nichts auf die Reihe gebracht ich bin jetzt dafür klein das ist noch ein ein guter ah komm der kann es ja nicht sein muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein ja ich bleib mal hier hinten hier irgendwo wird es schon was ruf kommen ne 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 du rufst mich nicht auf verdammt man sieht immer relativ spät jawohl ich hab's geschafft irgendwie auf die Nase zu sprengen sehr schön das heißt die erste Hälfte rum erste Hälfte es reicht anscheinll auch wenn man ach komm ich hab Feuer erwischt nicht nicht dein Ernst oh ist aber viel Feuer hier eh 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 wahrscheinlich spuckt sich vor gut noch mehr Feuer verständlich durchaus hat nicht gereicht doch bei mir schon aber ich bin tot nein ich lebe noch natürlich da bin ich noch ha ha meine Krone deine Krone deine Krone meine Krone du sollst sie haben ich wurde gekrönt ja nicht von mir da oben ist ein Kätzchen hol dir das Kätzchen ich versuche da hochzukommen ich habe es durchaus nein ah ich hab's fast geschafft hier zu kommen er wird das noch einmal springen müssen du bist nicht einfach abgerutscht ja ich bin abgerutscht ich hab gedacht ich schaff's direkt auf sie drauf zu springen dammit gut nein wieso fliegt der nicht so auf naaa diese blöde Lava ok ich sollte vielleicht aufpassen mich erwischt immer die Lava also alles gut huuuu wir haben noch drei Leben der hat uns bisher am meisten gekostet die anderen sind leichter gewesen ja ah ja gut hast du es erwischt ja aber mich hat trotzdem einmal erwischt äh einmal noch ne ich glaube schon ja alle guten Dinge sind drei einmal noch ich habe so fast die Intention mich einmal absichtlich treffen zu lassen nein ach Gott ach Gott ach Gott sehr schön das war nicht so geplant aber es hat funktioniert sehr schön ich wollte eigentlich auf das andere Ding hochspringen aber bin zufällig bei ihm gelandet wir müssen schneller machen die Zeit läuft uns davon ja wir haben noch zwei Gegner ja das ist ja nicht für alle Gegner die Zeit wetten oh scheiße oh scheiße oh jetzt haben wir echt ein Problem rein da das schafft man hier und nimmer ne schafft man nicht oder okay das müssen sehr viel schneller sein ja hallo ja schön dich mal wieder zu sehen hab dich nicht vermisst äh kannst du erst werden wenn er ja genau doch jetzt keine Angst ich keine Angst äh wo haben wir denn einen Stern bekommen davor echt naja am Ende stimmt uuuuuh das geht überhaupt nicht klar naja vor allem bei manchen Gegnern brauchst du ja auch eine bestimmte Zeit ja aber wir haben uns echt zu viel Zeit gelassen ach das ist ärgerlich ich nehme noch einen mit ja einen für unterwegs na werf ja genau ja wäre gut wenn jetzt irgendwo Zeit kommen würde aber nein wir bekommen natürlich keine Zeit wir bekommen einen Stern ja toll immerhin haben wir von Münzen bekommen ja fünf Sekunden für den letzten Gegner schafft man das ja zwei Sekunden eine Sekunde für den letzten Gegner also ich dachte jetzt kommt Zeit abgelaufen hätten wir geschafft hätten wir geschafft hätten wir fast geschafft aber mit dieser Zwischensequenz geht das natürlich nicht ne ne das lag ich nur in der Zwischensequenz ja und danach kommt ja noch ein Gegner theoretisch wieso theoretisch ja weil ja das Schloss irgendwo müssen wir ja aufschließen da kommt ja noch mal Bowser oder was am Ende ne ne das waren schon alle fünf ja ja schon aber die wir gesehen haben ja aber keine wir haben alle fünf gesehen ja dann loo bist du drauf gesprungen ja ich bin über das Ding rüber gesprungen ich dachte ich hätte mit meinem Schwingen das kaputt gemacht ne ne ich könnte sogar mal versuchen von einem zum anderen zu sprengen das müsste eigentlich gehen jawohl hol dir das Kätzchen jawohl jawohl nein aber es könnte sogar fast gehen eigentlich sie trauert ja also sie trauern ich habe gleich noch mehr zum trauern ich kann ja gleich ihr eigenes Ende betrauern jawohl jawohl ja jetzt noch mal nein jetzt ist die Kerze weg das stimmt jetzt haben wir das jetzt schon dreimal von 6 links brauchen wir noch einmal rechts brauchen wir noch zweimal ja du musst unbedingt aufs Feuer aufpassen ja ich weiß immer auf die Schatten gucken ich weiß ich weiß aber ich lauf dann normalerweise schon am Boden das nicht erst wenn die Schatten da sind naja das war zu spät ja oh sehr schön nein ich sehe mich nicht wo bin ich ach ich bin da zwischen den beiden du trennst sie du trennst sie ach da kommt jetzt genau in dem Moment Aris jetzt aus wir haben nur Leben ist es eh gleich vorbei ja okay ich hab's erwischt nein okay das kann man eigentlich schon fast vergessen nein ja selbst wenn man es schafft mit Null Leben wird das ein bisschen schwerer ja jetzt haben wir nämlich so viel Zeit verplempert ja richtig beide zweimal getroffen das stimmt ne ich hab nur sie getroffen die gehen dann beide zurück also man kann glaube ich nur kein Doppeltreffer landen beide zweimal getroffen schon auf jeden Fall muss ihn nur noch einmal treffen das ist viel zu viel Zeit viel zu spät viel zu spät viel zu spät alles vorbei dann nützt es auch nicht dass ich ihn jetzt auf den Kopf springe ne ihr kann ich da nicht direkt nach oben auf den Kopf springen auch wenn es noch so schön wäre Puff 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 Reiß da ist er weg ist mir leider nicht vergönnt wow das war so nicht geplant aber es ist ok wenn du jetzt alle Münzen holst dann könnte ich mich vielleicht wieder beleben ne ich glaube bei 50 reicht's nicht ich dachte es reicht sogar das reicht ja das sind ziemlich genau ja 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 so wir kommen zurück grünen Stern und nichts wie rein ja du sagst das aber die anderen gehen von der Zeit her aber hier haben wir schon sehr viel gebraucht also das ist Zeitmanagement so die Menschen können zählen ja zum Glück doch nicht dazu HELL eigentlich müsste man ihn schon drauf NEIN man kann ihn schon drauf springen ja ich konnte nicht weg der hat mich genau in die Ecke gedrängt schade alleine wird es jetzt ein bisschen Zeit kostet äh zeitaufwendig ja gut du kannst ihn auch nur treffen genau wie vorher wo ich ihn auch treffen konnte ich glaube jetzt kannst du ihn immer wenn er kurz mal verschnauft oder wenn er ganz erschöpft ist so ich muss ja von den anderen beiden alleine besiegen das war ja auch eine herbe Herausforderung schönes Ding jawoll schön 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 wäre immer schön wenn wir zwischendurch noch mal Leben bekommen würden oder so ja ja das ist sehr wenig aber wir sind auch mit viel zu wenig Leben rein oder ne haben wir so viele verloren oder sind wir mit zu wenig reingegangen wir sind mit zu wenig reingegangen ich glaube wir sind mit drei Leben reingegangen das kann natürlich sein ahahaha den alleine ist aber auch kein Problem ne der ist nicht so schwer weil man immer genau sieht wo er landet ja wo es beim dritten Mal schon sehr schnell ist ja ich muss direkt aufpassen das war Nummer eins ja das ist gut ja aber sonst hätte ich warten müssen bis er wieder komplett rumgedrückt ist jetzt kommt er da runter ja willst du hin genau ah zu dir will er hin natürlich kann gar nicht anders als zu dir zu wollen hoppala ah komm hierher komm hierher und na also ja der ist echt den kannst du schnell wenn du weißt ja aber die Zeit läuft weiter bei dieser Animation das ist ärgerlich es waren jetzt knapp 10 Sekunden ja das ist jetzt die Frage Münzen oder ich muss die Münzen holen damit du auch wieder am Leben bist naja ich lebe mir meistens eh nicht besonders lange wahrscheinlich falle ich dann in den ersten Abgrund in den ich noch fallen kann ah die müssen sie eh noch weiter weg aber du hast sie grad noch gekriegt so es sind eh nur noch zwei ja ich lass einfach die Schlüssel liegen ich renne einfach ins nächste das hat man noch nicht aber das ist ja auch nicht so schwer das sind rechts um das hatten wir auch noch nicht doch rechts um hat man echt ich glaube schon ich weiß es nicht das ist nicht so schwer hier 1 das ist echt nicht so kritisch 2 2 alle guten Dinge sind hoffentlich da wird es erst gemein wenn sie werfen würde aber ja aber das war easy das war schnell ich bin auch gleich wieder dabei hoffentlich jawoll nein komm wieso ist da kein grüner Stern dabei das weiß ich nicht weil ganz am Ende naja doch hä hier gab es einen grünen Stern hier gab es einen grünen Stern ja ja nach vorne nach vorne nach vorne das ist blöd der dauert auch ordentlich der hier naja und ich kann dann am schlechtesten doch 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 das war jetzt schon das war das war ungefähr so so das war die nicht das war es Spiel aber dafür für das mitspiel ja Zeit läuft der allein ist das schwer ne kannst du ihn nicht treffen ja ich weiß aber wie du vorhin ja vorsicht der andere geht ab jetzt kannst du ihn treffen das war schon zwei von drei Es lohnt immer einen mitzunehmen noch Ja Vorsicht OH da kann man ja nicht zuschauen Da kann man ja nicht zuschauen Ja alles kontrolliert alles kontrolliert ja vorsicht sonst kontrolliert er dich hier gleich jetzt kommt das mal was raus wieder hier das ist genau ein zerbrechen bei ihm das war oh mein gott ah das war knapp das war knapp oh mein gott oh mein gott das war knapp wenn mir einfach dass es knapp war das war überhaupt nicht knapp das war unfair knapp aber unfair ja ärgerlich ja wir werden es auf jeden fall noch mal versuchen allerdings ist der partner schon so lange geworden deswegen wenn wir es erst im nächsten fall wieder versuchen können bis dahin wir in wunderbarer zeit hoffen dass wir beim nächsten mal mehr glück haben und möge mögen alle entwürfe mit euch sein servus wir machen nochmal synchron